Täglich nutzen Hacker rund 10.000 neue Arten von Schadprogrammen für Angriffe auf Unternehmen. Nur ein Bruchteil davon ist wirklich neu. Die gleiche Malware, immer wieder anders zu tarnen, ist eine simple, aber effektive Methode, um sie vor IT-Security-Lösungen zu verstecken. Jetzt ändern wir die Spielregeln mit einer neuen Technologie, die ihr Unternehmen genau vor diesen Methoden schützt. DeepRay erkennt, wenn sich Malware hinter einer Tarnung versteckt und lernt mithilfe künstlicher Intelligenz kontinuierlich dazu. Schon seit 2008 entwickeln wir Next-Generation-Technologien, die perfekt auf die sich verändernde Bedrohungslage abgestimmt sind. Alle Technologien unserer Lösungen gewährleisten zusammen einen umfassenden Schutz für ihre IT. Setzen Sie auf DeepRay. Setzen Sie auf G-Data. Setzen Sie auf G-Data. Setzen Sie auf G-Data. Setzen Sie auf G-Data. Vielen Dank.